Möchte man innerhalb einer Aufgabe die Kompetenz des Einstellens zur idealen Ablesen von einem Messgerät überprüfen, ist das möglich, indem man mit dem Schlüsselwort View durch Beistrich getrennt vom Schüler verlangt, dass dieser die Einstellung jetzt selbst vornimmt. Im betreffenden Beispiel handelt es sich um eine Wechselspannung. Entsprechend muss der Schüler auf Wechselspannung schalten und den richtigen Messbereichsendwert wählen.